... des Grundgesetzes ist. All diese Dinge unterstützt der Berliner Senat. Wir haben eine entsprechende Bundesratsinitiative eingebracht und wir sind stolz, dass ein rot-rot-grüner Senat in einer queeren Hauptstadt eben auch ein queerer Senat ist. Und jetzt lasst uns gemeinsam feiern, lasst uns laut sein, lasst uns stark sein, lasst uns kämpferisch sein. Happy Pride! Danke, Klaus. Wir sind noch lange nicht durch mit unseren Begrüßerinnen und Begrüßern. Ich sehe neben mir unsere Miss CSD, Gaby Tuba. Ihr Lieben, 1969 sind Drag Queens, Transleute und Freunde auf die Straße gegangen, haben sich gegen eine Polizeirazzia gewehrt, allen voran Silvia Rivera und die ermordete Marsha P. Johnson. Ich bin Ihnen unglaublich dankbar, dass Sie den Mut hatten. Vor 39 Jahren startete sich hier in Berlin unter anderem Bernd Geiser mit Freunden den allerersten Berliner CSD. Ich bin Ihnen unglaublich dankbar, dass Sie auch hier den Mut hatten, auf die Straße zu gehen. Vor 40 Jahren hat Gilbert Baker die Regenbogenflagge als verbindendes gemeinsames Symbol für eine freiheitliche, für eine queere Gesellschaft entworfen. Ich bin Ihnen wahnsinnig dankbar und ich bin euch dankbar. Ich bin allen dankbar, die auf die Straße gehen, mit uns feiern, mit uns demonstrieren, ob hier heute in Berlin oder weltweit. Und lasst uns...